Der Viennale Donnerstag auf W24. Wir sind schon mittendrin. Eine berührende Doku über die Generation der Entscheidungslosen. Ich glaube, das Schwierige ist, wenn du alles werden kannst, hast du Angst davor, was zu verlieren, wenn du was machst. Also ich werde in einem Vierteljahr 30. Ich habe vor allen Dingen im Gegenteil gedacht, dass ich mit 30 schon echt was gebacken gekriegt habe. Vier Männer auf der Suche nach einer Zukunft und den Start ins richtige Leben. Wir sind schon mittendrin. Donnerstag, 21 Uhr.